In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Formulare von Cleverreach auf Facebook bringt. Zuallererst brauchen wir mal in Cleverreach ein Formular, also dazu einfach auf Formulare gehen, Formular hinzufügen und dem Kind einen Namen geben. Dann kann man noch eine Empfängerliste auswählen bzw. eine neu erstellen und kommen schon in den nächsten Schritt. Nun als erstes das Formular einfach mal gestalten und Felder hinzufügen. Dazu gibt es eigene Tutorials von Cleverreach. Ich speichere das Formular jetzt einfach mal ab und gehe dann hier in die Quellcode-Verbreitung und nehme das Anmeldeformular. So, und nun kann man eben hier den Quellcode kopieren, entweder mit den CSS-Formatierungen, mit den Farben oder eben ohne. Ich nehme jetzt hier die konfigurierten Farben einfach raus, klicke hier rein und kopiere mir den Quellcode mal in die Zwischenablage. Nun braucht ihr einen Dragdropper-Account. Dazu einfach auf dragdropper.com und ein Sign-Up machen und eben den Anweisungen folgen. Und dann seht ihr quasi den Dragdropper-Account, das Backend und dort einfach mal ein neues Projekt Cleverreach anlegen oder in ein bestehendes Projekt, wenn ihr schon einen Account habt, reinhüpfen. Ich lege jetzt hier ein neues Projekt an, Cleverreach. Und durch den Klick auf das Projekt geht man quasi rein und kann jetzt hier Seiten erstellen. Im Cleverreach-Account bekommt ihr von uns eine Seite kostenlos. Wenn ihr mehr Seiten braucht, könnt ihr die jederzeit erstellen, wenn ihr ein Upgrade macht. Aber eine Seite ist für Cleverreach-Kunden bei Dragdropper kostenlos. Also, neue Seite anlegen, nämlich eine HTML-Seite. Und dann seht ihr unseren Drag-and-Drop-Editor. Um nun das Formular einzufügen, zieht ihr bitte einfach das HTML-Widget in den Gestaltungsbereich und dann mal in den Editor hier öffnen. Und dann kann man hier den Code einfügen und speichern und schon wird das Formular von Cleverreach hier geladen. Selbstverständlich könnt ihr die ganze Seite noch verschönern, komplette Landing-Pages bauen und alle Elemente nutzen, die wir hier auch haben. Zum Beispiel einen Countdown einbauen, um etwas mehr Interaktion zu erzeugen oder Content-Blöcke verwenden, die wir schon vorgeschaltet haben. Also wir haben etwa 250 vorgestaltete Content-Blöcke im System, die ihr dazu verwenden könnt. Ihr könnt auch Zugriff auf unsere Templates haben, die ihr im Hauptmenü findet und diese verwenden und dann eben das Formular einfügen. Und so komplette Landing-Pages bauen, die von vornherein auch voll responsive sind. Einzig hier eben das Formular-Widget, das entsprechend angepasst werden müsste, wenn ihr responsive Seiten wollt. Aber nachdem es eh um Facebook-Seiten geht, nicht so relevant, da gibt es die Tabs ja ohnehin nur am Desktop. So, nun nehmen wir an, nachdem ich meine Seite fertig gestaltet habe, bin ich glücklich und möchte das auf Facebook veröffentlichen. Ich gebe der Seite noch einen Namen, Cleverreach Facebook und speichere die Seite mal ab. Dann kann man eben hier auf Publish klicken und die Seite veröffentlichen. Dazu einfach auf Facebook klicken. Es öffnet sich ein Pop-up und fragt nach, ob ich die Rechte erteilen möchte. Habt ihr jetzt hier nicht gesehen, weil ich sie schon mal erteilt habe. Das muss man nur einmal machen. Hier bitte einfach die Rechte geben. So, wichtig ist nur, dass es auch eine Seite ist, wo man das darf. So, und der Tab ist veröffentlicht. Also ganz wichtig, dass derjenige, der das macht, auch Administrator der Facebook-Seite ist, nur rein der Administrator über den Facebook-Business-Manager zu sein, reicht hier nicht aus. Und damit viel Spaß beim Erstellen der Cleverreach Tabs auf eurer Facebook-Seite.